Musik Bodenbelag ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Hauses oder einer Wohnung, einer Familie. Der Bodenbelag kann über Generationen hin begleiten. Es gibt Bodenbeläge, die in die Jahrhundertwende eingebaut worden sind, wenn die sprechen könnten. Bodenbeläge leben, leben mit. Kinder wachsen auf, werden älter, kriegen wiederum Kinder, die wachsen da auch auf, die Enkel und so weiter. Ein Boden ist in der Lage wirklich über 60, 70, 100 Jahre Leben mitzuleben. Deswegen sollte man da wirklich ganz individuell nicht irgendwas übers Knie brechen. Man braucht eine ganz spezielle Beratung. Man muss sich viele Muster anschauen können, man muss sich viele Gedanken darüber machen können. Das ist finanziell fast sekundär. Man muss im Prinzip wirklich schauen, wenn ich mich für einen Boden entscheide, was hole ich mir da ins Haus. Wir arbeiten grundsätzlich mit zertifizierten Händlern zusammen. Wir arbeiten ausschließlich mit lösemittelfreien Produkten, sehr emissionsarme Produkte. Wir legen extrem großen Wert darauf, dass das alles grün und sauber ist. Auch eben in Bezug auf Kinder. Ich bin selber Familienvater, will, dass meine Kinder, wenn sie am Boden spielen und Kinder spielen am Boden, gesund am Boden spielen können. Das ist uns eben extrem wichtig. Unser Unternehmen besteht seit die 50er Jahre. Wir waren über Jahre ein waschechtes Familienunternehmen. Vater als Geschäftsführer, Mutter in der Werkstatt, Oma in der Werkstatt und der Opa im Außendienst beim Boden legen. 1998 habe ich dann das Familienunternehmen übernommen und führe es seither mit meinem Bruder zusammen. Wir sind also seit über 65 Jahren jetzt ein Beruf. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich Fußbodentechnik. Das Verlegen sämtlicher elastischer und Textilienbeläge, Vinylbeläge, Laminat, Quark und das Verlegen von Fertig- und Massiv-Bakett. Und das Schleifen, Renovieren und Aufarbeiten von bestehenden Holzböden. Bei uns ist es ganz wichtig, dass derjenige, der ausmisst, der am Anfang des Beratungsgesprächs führt, auch bei der Ausführung dabei ist. Dass wir da auf alle Fälle den bestmöglichen Service bieten. Da wir mit unserem Namen dahinter stehen, verbinden wir sehr viel mit unserem Beruf. Uns ist es sehr wichtig, dass die Arbeiten wirklich pünktlich zuverlässig und von höchster Qualität sind. Der Name Forstner oder Forstner Rahmanstattung ist auch in unseren Mitarbeitern eingebrannt worden. Und das ist eine sehr positive Sache, die mich auch wirklich sehr stolz macht. Dass auch Mitarbeiter von außen kommen und sagen, wir stehen hinter eurem und unserem Namen. Und das ist ein sehr wichtig, dass die Arbeiten wirklich sehr stolz macht. Und das ist ein sehr wichtig, dass die Arbeiten wirklich sehr stolz macht. Vielen Dank.